Das Hotel Euroma liegt in Marina di Massa in Toskana und Elba. Das Hotel Euroma ist beliebt unter den Gästen, 80% empfehlen das Hotel weiter. 20 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,2 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotels werden mit 4,8 Sonnen bewertet. Service. 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,3 von 6 Sonnen wert. Zimmer. Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.